Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Nach der Pleite gegen Union Berlin gab es ja ein paar Berichte darüber, dass die Kabine möglicherweise bei uns schon unruhig wird und die Spieler nicht ganz zufrieden seien. Es gab ja durchaus den Vorwurf, dass einige Spieler bezweifeln würden, ob man mit diesem kampfbetonten Fußballspielstil wirklich erfolgreich sein wird und tatsächlich die Klasse halten kann. Trotzdem muss man natürlich auch dazu sagen, dass das ja wirklich nur Medienberichte waren und man das von keinem Spieler bislang auch zwischen den Zeilen erkennen konnte. Frank Kramer hat sich aber nun mal ganz offen zu diesen Gerüchten um Unruhe in der Kabine geäußert. Ich spüre das nicht. Der Austausch mit dem Team ist gut. Gerüchte über angeblich schlechte Stimmung werden aus irgendeiner Ecke gestreut und platziert. Auch das ist Teil des Geschäfts, sagt unser Trainer gegenüber vom Sportbazard. Natürlich ist auch wiederum klar, Frank Kramer hat ja bei Amina Bielefeld möglicherweise, wie man auch gehört hat, mehrere solcher Probleme gehabt, wodurch sicherlich für manche Medien relativ einfach ist, daraus dann so eine Geschichte zu drehen, die dann auch für uns Schalke-Fans vielleicht dafür sorgt, dass man eben eine gewisse Unruhe entwickelt und eben der ganzen Geschichte Glauben schenkt. Am Ende sollte aber auch jedem klar sein, an jedem Gerücht kann vielleicht ein bisschen was dran sein, aber vor allen Dingen, wenn sich eben dann auch Frank Kramer dazu mal so klar äußert und sich sonst kein Spieler negativ geäußert hat, sollte es auch wiederum klar sein, dass die Spieler eben nicht am Trainer zweifeln, denn dann hätte man ein großes Problem. Ich glaube, dann wäre schon längst eingeschritten worden und diese Überzeugung kann ja auch nicht innerhalb von zwei, drei Wochen weg sein, wenn man die ganze Vorbereitung lang sich darauf eingestellt hat, genau diesen Stil durchzuziehen. Und was ja auch wiederum klar ist, natürlich kommen wir sehr, sehr viel übers Kämpfen, übers Ackern, übers Fighten, aber eben auch das sind die normalen Basics im Abstiegskampf, die du brauchen musst, um eben dann auch möglicherweise darüber hinaus fußballerische Elemente einbauen zu können. Deswegen finde ich es aber erstmal ganz gut, dass sich Frank Kramer zu dem Thema geäußert hat, was die letzten Einzelwochen so ein bisschen aufgemacht wurde, sprich zweifeln die Spieler an Kramer, aktuell ist das wohl nicht der Fall. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!